Ok, das war meine schlechte Versuche zu Beatboxen. Ja, ich weiß, ich kann es nicht, aber ich bin ein bisschen am Lernen, gut, was haben wir denn hier? Ska? Ne, das nehmen wir nicht. Moment, ich habe was vergessen. Kopfhörer. So, jetzt höre ich auch Musik. Ich liebe diese Waffe und mal wieder die Kryptek Typhon, der Sniper ist schon mit dabei am Start. Wir nennen hier ein super großes Anvisiermöglichkeit hier. Wir nehmen das hier, wir nehmen schnelles Magazin und wir machen mal den Feuermodus rein. Warum? Weil wir es können. So, ich will nicht immer diese Scheiß hier haben, ich will Semtex haben. EMP gerade weg, Schockladung rein. Oh Gott, ich muss aufhören. So, das machen wir. Passt das jüngste Gerücht. Haiti! Wo ist er? Haiti, Haiti. Da hinten, da hinten. Ok. 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 Trojanisches Pferd. Odysseus. Er hat Celerium benutzt und über unsere Server mit einem Virus die Infrastruktur aller unserer Militärsatelliten verseucht. Die schlechte Nachricht, er kontrolliert die Drohnen noch. Er hängt auf Kommunikationssatelliten überall auf der Welt. Was sind die Optionen? Es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir kennen die Quelle des Signals. Haiti! JSOC ist in der Luft. In 10 Minuten haben wir Boden unter den Füßen. Wann erreichen die Drohnen die anderen Städte? Bei der aktuellen Flugbahn in... ebenfalls 10 Minuten. Oh mein Gott, was ist mit China? Nun, der diplomatische Kontakt stockt. Aber wie Sie sehen, Peking, Shanghai und Hong Kong sind genauso bedroht wie wir. Ist es das? Ist das das Ende? Madame President. Gott steh' uns bei. Ok, ich hab' schon wieder zwei Sachen, die mich grad richtig stören grad wieder. Zum einen haben die jetzt erst kapiert, dass er gefangen werden nehmen wollte. Das war mir schon in den ersten 10 Minuten bewusst. Ah. Zeit zum 10 in 60 Sekunden. Ok, du bist fertig. Steh' dir hart vor, wenn du... Uh, nice. Batman outfit. So, aber das andere? Gibt's noch andere Optionen? Naja, wir haben noch gute Nachrichten. Die Übertragung ausschalten, die die Drohnen steuert. Ziel, Raul Menendez, gefangen nehmen oder töten. Ich sag' töten. Lebendig lief' letztes Mal nicht so. He he, witzig. Oh! Are you serious? Hier, der hat einen Treffer bekommen. Der muss sterben. Zeit zum Ziel, 30 Sekunden. Hier, der hat einen Treffer bekommen. Wir müssen sterben. Jetzt ist er tot. Scheiße! Das war knapp! Ja, hat nur ihn erwischt. Kein Ding. Jetzt springt doch endlich alle mal! Fall doch nicht so lange den Scheiß ab, ey! Los, jetzt! Raus, raus! Raus, raus! Und bam! Weg ist er. Fick you! Habe ich keine Ballattacke? Nein, ich hab nichts zum Ballattacke. Wuhuuu! Ich hab überhaupt nichts drauf in der Timeline. Yay! Oh, Kugeln! Oh, ohne Rolle! Ich seh' nichts mehr! Wie denn? Ich kann nicht meine Rolle machen! Ich will rollen! Das erinnert mich so ein bisschen an... Spiderman-Style hier. Also so runterfliegen und ausweichen. Kannst aber auch noch ein anderes Spiel. Es gibt noch so ein Super Nintendo-Spiel. Also ein super geiles Super Nintendo-Spiel. Whatever. Das war richtig nice. So. Hey, ich kann ja nicht mal! Na ja, da muss man auch irgendwie so runterfliegen und äh... Scheiße ausweichen. War das ein Playstation-Spiel? Jetzt muss ich mir überlegen hier. Wo man diesen Roboter gespielt hat? Keine Ahnung. Ich seh' wieder nix! Ich seh' immer noch nix! Oh mein Shit! Hochziehen! 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 Oh nein! Ah! Easy peasy so. Ja, dann lass uns irgendwie mal die scheiß Waffe zücken! Unterstützungseinheit Halt! Wie ist der Status? Eindäffung an der Westflakke erfolgreich Gebäude 100! So, wir erinnern mich dann auf einen Schuss. Bestellend parallel zu Ihnen auf der östlichen Seite. Ach so ein Trüppel-Schutt. Okay, 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 okay. Natürlich, einfach noch nichts besseres zu tun, Alter. Are you serious? Egal, zuck ich mal was anderes? Den habe ich, das ist doch... Nothing ist das doch hier. Äh, wo muss ich hin? Ah, das lief hier, äh, frickelnd. Äh, so. Stirb, du Scheißhalt! Nein, f*** you! Na dann? Mach's bumm? Mach nicht bumm. F*** you! Sag mal, wie lange will das Scheiß da ja liegen? Ja, natürlich haben die wieder was. Was? Maketen-Budels. Ah, das ist Musik! Höh, hab ich kaputt gemacht. Ne, das war's nicht. Boom, 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 boom! Geht doch! Wer war denn da? Ist das Maschinengeschütz? Ha, Maschinengeschütz. Key. Brokeen at the window. Brokeen at the window. Ja, ich weiß, ich versuche mich in letzter Zeit so ein bisschen an Beatboxen. Es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also die Standardgriffe habe ich schon... Alter, so verstanden. Schmess, äh, frickelnd, schmutzende Scheiße. Du-du-du-du-du-du-du-du tu-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Okay, das ist genau, oh! Weg da! He-licks! Das Colleia! Boom! Er hat ja noch nicht von dein Halt hält. Halt ent. Die Oma scheint ruhig zu sein! CLEAR! CLEAAR!! CLEAR!!! CLEAR!! CLEAR!!! CLEAR!!! So ne Murat, optische Tarnung, aua. Warum haben wir denn keine optische Tarnung? Kämpfen wir jetzt gegen Eliten? Egal, ich laufe! Bewegung! Die Treppe rauf! Da kann ich nichts! Da bin ich schmerzfrei! Ich hab nur Kopfschüsse kassiert! Und deswegen laufe ich jetzt weiter! Weil das voll Ami-like ist! Gleiches, Alter! Boom! Genau, ey! Immer auf den Sniper! Weil der Sniper auch das gefährlichste von da hinten ist, ey! What the fuck? Geh kaputt, du scheiß Teil! Geh kaputt, geh kaputt! Boom! Aua! Ich nehm' die weg! Pitbull Haul? Yeah! Ich hab mit Pitbull gelebt noch in den Jahren! Boom! Okay, jetzt müssen wir mal switchen! Thank you! Das war jetzt auch selten blöd von mir! Das war zu weit, ne? Das war zu kurz, ne? Nein, er hat gesessen! Ha! 2-4-1, Berges! Hö, unten in der Luft nochmal. Ich habe ihn in die Füße abgebrannt, deswegen ist er tot. Okay, das sind Kollegas. Aua. Du bist kein Kollegah. Du bist auch kein Kollegah. Stirb mir jetzt einfach. Ach, ey. Ich habe ihn vielleicht noch beschäftigt. Stirb. Verdammte Olle. Also die Geschichte ist etwas in den Haaren herbeigezogen. Oh, das war ein Kollegah. Hoppala. Ah, ich sagte eine Frau, dass du sie geliebt hast. Und so, den Scheiß halt. Ich habe die Tappe runter. Leiderhase. Was ist das? Die Zerstörung durch Menendestronen zuvor. Und fehlt Ihnen Zeit. Wenden Sie den Rückholrauch und schalten Sie die Übertragungssignale aus. So. Was ist denn für ein Becher-Schotty, Alter, ey? Wo ist mein Geschmolzen? Scheiße. Boah, hab ich ihn direkt erwischt, ey. Das Ding rollt mir hinterher. Der feiert den Lager mal rein. Wird er noch? Nö. Wieso ballert er denn? Den hier. Ja, das sind noch Gegner hier. Interaction. Phrasen, Alter. Ich kenne ja auch jeden verfickten Code. Ist aber ein freundlicher, ne? Äh, feindlicher. Das ist jetzt ein freundlicher. Ja, da jumpen wir einfach gleich knallert runter. Rechnen uns zwei Knochen. Ist aber egal. Gucken, was es hinter dieser Kiste ist. Lapsotarje. Phrasen? Phrasen? Fittich? Was ist denn da los? Phrasen? Phrasen. Vielen Dank.